Willkommen zurück bei der Mini-Golf-Challenge. Ähnlich wie beim Golf versuchen wir hier schnellstmöglich einen Sieg einzufahren. In jeder Runde, in der das nicht gelingt, bekommt der Killer einen Sailor mehr. In der ersten Episode konnten wir mit Trapper, Geist und Billy jeweils in der First Round gewinnen. Mal schauen, ob wir das heute wieder schaffen. Okay, jetzt kommt einer der Killer, die ich am wenigsten beherrsche. Obwohl es zu so einem stärksten gehört. Und wir haben einen Sumpf. Und der Sumpf ist jetzt nicht gerade die geilste Map für sowas. Oh, hell no! Nein, 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 nein. Yes. Nein! Da ist ein Flashlight drin. Sorry, ich muss das holen, was ich kriegen kann. Die denken halt, ich bin eine krasse Nurse, aber ich bin überhaupt nicht krass. Ah, close! Oh mein Gott, ich habe Räuber, ich wollte sie sehen, aber wegen dem Perk da gerade auf dem Gen, habe ich sie verloren. Sonst hätte ich jetzt gesehen, wo sie hingelaufen ist. Stabiler Hit. Wir haben schon zwei Gens verloren. Also, ich habe schon viel Bullshit erlebt, aber das noch nicht. Und dank Räuber haben wir sie bekommen. Jetzt brauche ich aber auch nicht einen Geiselhaken benutzen, weil die schon zwei Gens gemacht haben. Hallo, Meg. Hallo! Leg dich hin. Wir bauen Geiselhaken jetzt. Okay, sie wurde befreit. Der Gen ist auch schon ein bisschen weiter. Der Mittlere muss... Der Mittlere ging nicht zurück, das war nicht der weiteste. Hallo, darkness, mein Freund. Ey, jeder Gen ist an. Ich glaube, die heilen sich nicht am Haken. Are you sure about that? Doch, haben sie. Puh, das ist eine schwere Runde. Das ist halt auch eine riesengroße Map. Und sie sind alle aufgeteilt. Hehe, boah. Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch. Ja, die Person ist schon abgehauen. Ich weiß nicht, wie ich mit der Nurse das schaffen soll. Die Gens sind durch. Kriege ich alle gesluckt? Das ist die Frage. Ich bin schnell als fuck, Mann. Nee, nicht im Ansatz. Kriege ich sie nicht mal. Wo ist sie? Und sie hat Dead Hard. Keine Ahnung, wie sie das dodgen konnte. Okay, ja, gerade riffe ich alles. Ey, wir hatten einen guten Run. Naja, ich komme nicht dran. Ich finde, ich habe die Chases relativ schnell gemacht. Die sind so schnell im Gens, Mann. Ich komme nicht dran. Eins. Den haben wir. Der da zu spät Sie töten wir jetzt schnell Ich hoffe die anderen wollen ihn heilen Muss ihn wieder down kriegen Er ist noch nicht raus Wir haben immer noch die Chance Einen dritten zu bekommen Ich darf nur nicht Ich hänge da oben auf Ist das spannend Mech wurde geheilt Die Buren sind hier links Der Held hätte sitzen müssen Ich darf ihn nicht down Naja komm ist GG Kann denn kommen Ich krieg die 3 nicht 3 haben wir da Eine Person haben wir da Die läuft glaube ich genau in uns rein Und haben zum Glück irgendwie Einen Hit drauf bekommen Frag mich nicht wie Amma Da die wahrscheinlich zu dritt am Gen sind Will ich direkt einen Geisel haken Im Idealfall Amma Sehr gut Das war nicht den gleichen Fehler Wie in der Runde zuvor Und die sind da vorne am Gen Schnell hinblinken Dass sie gar nicht großartig weitermachen So kann ich noch Pop drauf machen Und ich glaube ich werde diesen Quentin direkt raus klatschen Er hat keinen vertraulich Weil so müssen sie ihn beschützen Räuber ist aktiv Hammer Okay Interessant Ah zu kurz Was soll ich tun Meine Güte Ich versuche mich zu dem Gen zu blinken Wo der dran ist Yes Schönes Doubleback Ich weiß nicht wo die Verletzten sind Es ist mittlerweile nur einer verletzt Hier ist wer Oh mein Gott Ich mach einfach Minecraft hier Kurze Blinks Nachdenken Steven Dann kriegst du es auch hin Hammer Oh stark ey Okay War das vertraulich Wahrscheinlich schon Obwohl ich ihn gehört habe Hammer wieder Wahrscheinlich noch DS Landgranate und Flashlight Jetzt kriege ich noch einen DS Da ist er weg Ne Keine DS Quentin Den sollten wir chasen Auch wenn ich keinen Plan habe Wo er hingerannt ist Wieder zum Gen Oh so close Endlich ey So Und Michaela hat gerade aufgeschrien Die ist verletzt Ich weiß jetzt wo sie ist Ich weiß auch nicht wo sie lang gelaufen ist Hier hoch Jetzt noch Quentin Und da ist Shiji Na ja verzieh dich lieber Okay Wenn denn versucht Michaela zu heilen Nein will ich Super Wie schnell läuft denn die Tak Gerade haben wir diesen Schönen Snowball Effekt Klatsch 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 Die ganze Zeit nacheinander Und Leute sind getildet Sie wickelt nicht mal mehr Wenden versuche ich jetzt zu töten Da musst du nicht mal mehr blinken Okay Dann nur noch eine Person Und wir haben es dann geschafft Mit Mit der Nurse Michaela haben wir hier Es ist so oft so Dass die Survivor zu ihrem Gen zurückkehrt In der Wald war Weil sie eine emotionale Bindung Aufgebaut haben Gutes Deadart Bitte kein Flashlight Save Ich danke ihnen Die Nurse ist abgehakt Ja ich glaube nicht Dass es zu dem Tor geht Das andere Tor ist viel angenehmer Weil du dich besser verstecken kannst Ich werde dir drauf committen Ich werde dir jetzt hier suchen gehen Ja Was habe ich gesagt Ne Wenn ich 4k haben kann Holhe ich mir den Alright Ja Hintergrundspieler Blendkanal Das wussten wir bei der Yui Hoffnung Und Einfühlungsvermögen Die war wirklich nur da Um Flashlight Save zu machen Richtig unangenehm Aber sehr gut gespielt Ciao